Warum ich wieder zum Papier mich wende, das musst du, Liebster, so bestimmt nicht fragen, denn eigentlich hab ich dir nichts zu sagen, doch kommt's zuletzt in deine lieben Hände. Weil ich nicht kommen kann, soll, was ich sende, mein ungeteiltes Herz hinübertragen, mit Wonnen, Hoffnungen, Entzücken, Plagen, das alles hat nicht Anfang. Hat nicht Ende. Ich mag vom heutigen Tag dir nichts vertrauen, wie sich im Sinnen, Wünschen, Wähnen, Wollen mein treues Herz zu dir hinüberwendet, so stand ich einst vor dir, dich anzuschauen und sagte nichts, was hätte ich sagen sollen. Mein ganzes Wesen war in sich vollendet. B限, wir haben ja auch ein sehr, sehr, sehr приходierst,